Lange Zeit ist es still um das Projekt Deathground gewesen. Der ein oder andere wird sich jetzt wahrscheinlich denken, ich weiß gar nicht mehr, was das überhaupt ist. Ich erkläre es dir ganz kurz hier in diesem Video. Außerdem gehen wir jetzt auf offizielle Daten ein, denn das Spiel ist nicht offiziell tot. So viel kann ich mal vorwegnehmen. Die ganze Geschichte wird veröffentlicht werden und wir haben jetzt passend zur Gamescom 2023 erstes, neueres Bildmaterial vom Spiel Deathground gewesen. Was genau das ist, worum es da geht, und wie meine Meinung dazu ist, das erfährst du alles in diesem Video. In diesem Sinne, viel Spaß. Ja, der erste Teaser oder Trailer zu Deathground, zumindest die allerersten Bewegbilder, sind schon ein bisschen älter. Da muss man aber auch dazu sagen, dass das, was wir damals gesehen haben, lediglich vorgerenderte, naja, Projektszenen gewesen sind, die so nie bestätigt im In-Game hätten sein sollen. Also die ganze Optik, die wir eben hier gesehen haben, das war nie wirklich als In-Game bestätigt. Dieser ganze Trailer war mehr oder weniger ein Pitch für die Community. Ja, wir arbeiten an genau so einem Spiel, nur um zu schauen, wie wir jetzt darauf reagieren. Und die Reaktionen waren durchaus positiv gewesen. Es gab sogar mehrere deutschsprachige YouTube-Kanäle, die extrem viel Lust darauf hatten, dieses Spiel endlich spielen zu können. Und dann irgendwann kam einfach gar nichts mehr. Deathground war zwar weiterhin bei Steam gelistet gewesen. Ich meine, es gibt immer wieder mal Spiele, die eine ganze Zeit lang gelistet sind. Dann hört man nie wieder was davon. Auch Deathground schien so ein Projekt gewesen zu sein, das angefangen, aber nicht zu Ende gemacht wurde. Ihr habt mir immer wieder geschrieben, hast du schon mal was von Deathground gehört? Und ich hab immer wieder zurückgeschrieben, ja, aber ich, ey, ich fand den Trailer damals ziemlich geil, aber ich glaub, da kommt nichts mehr. Was haben wir damals gesehen? Naja, Deathground hat ausgesehen wie eine Mischung aus Alien Isolation und Jurassic Park. Wir haben Figuren gesehen, die mit so einer Art Scanner durch die Dunkelheit gelaufen sind. Und dann kam auf einmal ein Velociraptor aus dem Nichts. Und ja, das Design des Velociraptors sah genauso aus, als wäre es aus der Jurassic Park Puppenkiste ausgebrochen. Das fand ich schon ziemlich cool, dass man hier wirklich sich anscheinend sehr stark an Jurassic Park orientiert hat, zumindest was die Designs angeht. Und das Ganze jetzt in so ein Horror-Abenteuer packen will. Aber was sollte das Spiel dann eigentlich wirklich aussagen? Schon damals wussten wir relativ wenig über das Ganze. Allerdings sollte es ein Multiplayer-Game werden, welches folgendes Konzept behandeln sollte. Wir als echte Spieler würden in einem Team mit bis zu vier Leuten, also insgesamt bis zu vier Spieler, sollten wir in ein Areal geworfen werden. In dieser Map sollten bestimmte Missionen erledigt werden. Allerdings wären hier Dinosaurier unterwegs, durch eine sehr intelligente KI gesteuert werden. Ja, wir müssen hier als Team arbeiten und eben nicht gegeneinander. Wenn das Ganze hier so ein bisschen an Dead by Daylight erinnert, ja, genau das sollte es im Endeffekt werden, nur eben aus der Ego-Perspektive mit Dinosauriern. Jetzt haben wir neues erstes Gameplay bekommen und ja, die Gerüchte haben sich mehr oder weniger auch bestätigt. Death Ground wird eine Mischung aus Jurassic Park, von mir aus auch Dino Crisis, Alien Isolation und eben Dead by Daylight werden. Das wurde jetzt offiziell bestätigt und das Spiel soll ein Multiplayer-Erlebnis werden, welches man aber auch wohl alleine spielen kann. Im Einzelspiele, aber es wurde ganz klar darauf eingegangen, dass der Grundgedanke hierbei schon ist, das mit anderen zusammenzuspielen. Ebenfalls ist bestätigt worden, das hat mich unfassbar gefreut, dass Death Ground einen Koop, also einen Couch-Koop besitzen wird. Ich kann jetzt wieder mit meinen Kollegen im echten Leben nebeneinander dieses Game zusammenzocken und da habe ich wirklich Bock drauf, denn es gibt es nicht mehr allzu häufig, dass man wirklich auch diese Komponente mit einfügt. Und ja, ihr könnt einen drauf lassen, dass wir dieses Spiel hier auf diesem Kanal wirklich bis zum bitteren Ende zocken werden. Von der Kampagne habe ich bisher noch nichts gehört, dass hier irgendetwas großartig für Einzelspieler und Story-Gamer präsentiert werden soll. Ich meine, es könnte Sinn ergeben, da sie auch gesagt haben, ja, du kannst das Spiel auch alleine spielen, aber im Grundprinzip sollst du eben hier mit anderen Leuten das Ganze im Multiplayer-Modus genießen. Ich könnte mir vorstellen, dass man das hier ähnlich regelt, wie auch bei einem Call of Duty, wo es ja auch Kampagnen gegeben hat. Die hat man einmal durchgezockt und gut war es. Und die waren noch nicht wirklich schlecht gewesen, ganz im Gegenteil. Zum Teil waren die echt gut, aber trotzdem war der große Fokus eben auf dem Multiplayer-Game. Ich glaube, hier könnte das Ganze ähnlich ablaufen. Meine Meinung zum neuen Trailer war an sich positiv. Ja, ich habe diese Abstriche, diese grafischen Abstriche zu dem, was wir da vorgesehen haben, habe ich erwartet. Da das hier, das Bildmaterial, was ihr jetzt hier gerade seht, war eben vorgerendert für eine Präsentation, um eben zu zeigen, das hier ist das Konzept, das ist die Grundidee. Okay, das Spiel sieht im Endeffekt jetzt nicht ganz so krass aus, wie es damals angeteasert wurde, aber immer noch krass genug, um sagen zu können, ja, das ist auf jeden Fall schon im Next-Gen-Steal. Ebenso haben sie scheinbar das Design der Dinosaurier verändert. Wir sehen hier zwar nur den Velociraptor erneut in diesem Gameplay-Trailer, allerdings wurde auch schon bestätigt, es wird weiterhin den T-Rex geben und wahrscheinlich auch noch andere Dinosaurier und die werden auch alle verschiedene Specials haben. Zum Beispiel wird ein Dilophosaurus sehr wahrscheinlich mit Gift spucken können, ein Velociraptor wird wahrscheinlich sehr schnell sein, der T-Rex sieht dich eventuell nicht, wenn du dich nicht bewegst, vielleicht geht man auch hier auf so ein paar Jurassic Park Sachen noch mit ein. Die Tiere werden also weiterhin mit am Start sein, allerdings können wir hier schon mal sehen, dass der Velociraptor geändert wurde und jetzt eher realistischer aussieht mit so einem schönen Federkleid, was an den Pyroraptor erinnert aus Jurassic World Dominion. Aber das hier soll wirklich der Velociraptor sein und ja, ich weiß nicht, warum man hier das Design geändert hat. Ich hätte mich sehr auf das Jurassic Park Design gefreut und nein, Universal hat auf das Design der Velociraptoren kein Patent, genauso wie auch nicht auf das Design vom T-Rex. Darauf haben die kein Patent. Von daher hätte man das ruhig irgendwie übernehmen können oder es ist eben der Fall, dass man vielleicht auch später bestimmte Designs der Dinosaurier verändern kann, dass man jetzt Design A nehmen kann, Design B, Design C und damit dann eben auch die Farbe und halt das Aussehen ändern kann. Wann genau Deathground rauskommt, wissen wir allerdings noch nicht. Ich hoffe immer noch, dass irgendwann der große Release kommt. Oktober 2023, das würde einfach passen, so ein schönes Tinosaurier-Horrorspiel genau dann auf den Markt zu schmeißen. Allerdings wird die Zeit gerade ein bisschen knapp, um jetzt die Werbetrommel anzufangen zu rühren bis eben Oktober. Ich meine, wir haben jetzt eben auch schon September, das wäre dann ein bisschen eng. Wenn man das Spiel jetzt Ende Oktober rausbringen würde, würde das dann eventuell auch mit einem Alan Wake 2 kollidieren. Ob man das Risiko eingehen würde, weiß ich eben nicht. Man muss aber auch immer bedenken, dass diese Entwicklerstudios oder das Entwicklerstudio hier kein gewaltig großes Entwicklerstudio ist, das ich jetzt nicht zwingend mit großen Studios messen müsste. Das heißt, dieses Spiel wird kein extremer Triple-A-Titel werden, zumindest nach dem, was wir aktuell gesehen haben. Aber trotz allem bin ich gerade deswegen so heiß da drauf, weil ich muss sagen, die meisten Indie-Spiele machen so ein bisschen mehr ihr eigenes Ding. Und das kann wirklich unfassbar gut werden, gerade auch hier im Team-Modus mit anderen zusammenzuzocken. Wir können in der Community einige Tage machen, wo ich mit drei anderen von euch zusammen bestimmte Missionen erledige. Und da habe ich wirklich Bock drauf. Ich habe es mir auch einfach mal rausgenommen, das Entwicklerstudio selber anzuschreiben und mal gefragt, ob wir eventuell mal ein Interview zusammenhalten können. Mal gucken, ob das irgendwie hinhaut. Und sobald ich dann eben auch das wirkliche Release-Datum weiß, was ich dann auch wirklich rausposaunen darf, erfahrt ihr es auf jeden Fall hier auf dem Kanal. Jetzt bist wie immer du gefragt, hast du Bock auf Deathground? Schreib es mir in die Kommentare unten rein. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.